Usually I recommend don't listen to the recommendation of elderly men, because I'm quite far away from my own experience as doctoral student. Aber de facto, glaube ich, gibt es schon ein paar Sachen, die man sagen könnte. Gut betreuen heißt meines Erachtens zusammen forschen. Es heißt aber auch, die Doktorandinnen und Doktoranden dabei zu unterstützen, ein Thema zu finden und auch eine gewisse Eigenständigkeit und Unabhängigkeit zu erlangen, damit später auch sozusagen das Produkt des Doktoranden, die Dissertation, als Gesellenstück herauskommt, das auch für sich bewertbar wird. Gute Betreuung hieße auch, viel Zeit zu investieren mit den Doktoranden. Die habe ich leider zurzeit nicht so, aber wenn die Gruppe funktioniert, dann kann man auch einen fehlenden Chef ganz gut ersetzen. In relationship to what you were saying, that good supervision means perhaps not listening to those who are quite far away from their PhD. I would like to add that yes, that works sometimes, but also you have to listen other times, because in my experience good supervision is a combination of receiving support and guidance when it's needed, but also given the opportunity to be independent and formulate your own research ideas. And I think that worked quite well for us. There are also services to the applications for this company. Also, I must be gathered to add a little bit that we can share your having the help and start by making projects that it's κα additions professionally, Vielen Dank.